Stöp! Er ist hier! Hoch mit den Laser-Tor! Ey, ne, oder? Finde ich jetzt echt nicht okay von euch. Ja, er spawnt genau vor mir, ey. Stirb, Drexer! Okay. Ah, ne, das war's gar nicht. Ich muss hier irgendwas rausziehen aus den Wänden, glaub ich. Ah, hier entfällt so. Ah ja, genau. Hatte ich so in Erinnerung. Gibt's hier noch irgendwas zu holen? Nein. Erstmal auf den Spaste hier. So. Gut. Dann steht auch noch einer. Vergesagt. Das krieg ich am besten. Muss mich gar nicht zu verteidigen. Aua. Okay. Bin ich von hier gekommen? Jep. Ein bisschen irgendwas zu holen. Schade, nein. Was haben wir denn hier? Fernsehen? Aha. Ich möchte umschalten. Umschalten! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Okay. Boah. Arme Sau. Im Moment habe ich was gesehen. Das möchte ich mir auch gleich mal holen. Dann macht's doch gleich mehr Spaß. Ah, Gesundheitsentzugs auch. Das gibt's auch. Jetzt müsst ihr mal drauf achten. Er verliert jetzt gleich Leben. Ja, guck. Gucken. Zack. Das ist sehr hilfreich gegen ganz viele Gegner, vor allen Dingen. Ja, von hier kam ich. Da geh ich mal lang. Achtung. Zur Seite. Platz machen, bitte. Ich muss noch kurz gucken. Ich glaube, ich habe da noch einen anderen Weg gesehen. Ich werde keinen Holokon verpassen. Okay, hier kommt man nicht durch. Da auch nicht. Ah, das ist klar. Unnötig. So. Jetzt muss ich hier drauf. Ah, das muss ich rausziehen. Okay. Okay. Oh, weiter. Oh. Okay. Entgegner? Oh. Ich mag den nicht. Ich soll ja alle vernichten. Also muss ich eh den großen auch noch vernichten. Na, wo bist du denn? Wow. Habe ich ihn? Ja. Alles klar. Habe ich irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Na komm. Mist, Viecher. Na, was ist denn da los? Okay. Ähm, ich glaube... Ich sollte mal langsam wieder ein Lichtschwertkristall finden. In mir komme ich jetzt da oben dran. Ich möchte das gerne haben. Aber man kann noch herfahren. Okay. Dann werde ich das tun. Na komm. Heute noch. Bin ich jetzt zu hoch? Gott, ich glaube ich bin zu hoch, oder? Ah, ich muss nur ein kleines Stückchen. Puh. Darum wäre ich jetzt sicher verreckt. Na, was haben wir denn hier? 10.000 Machtpunkte. Und? Nochmal 10.000 Machtpunkte. Schön. Geht's weiter. Ah, Moment. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Macht Upgrades. Ihr habt sicher wieder genug Punkte, ja. Macht Blitz. Habe ich noch nicht. Da spare ich mir die Punkte für auf, weil der ist richtig mächtig. So würde ich sagen... Stärke. Und Lichtschwert. Ne, das zeige ich schon. Dann macht Fokus. Macht Kombos. Mal gucken. Da habe ich schon sehr viele, aber... Lichtschwertschleider. Sprintstoß. Mach mal Luftschlag hier. Ups. Okay, weiter geht's. So, jetzt komme ich nochmal kurz beim Lichtschwert. Vielleicht eine andere Farbe, aber... Jetzt habe ich glaube ich nur Gelb gefunden. Ja. Gelb. Ich nehme mal Gelb. Nur zur Abwechslung. Energiekristall. Habe ich noch nichts. Alles klar. Weiter geht's. Oh, der sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Ich glaube ich bin gleich beim Endgegner. So wie es aussieht. Ja, obwohl... Ich nehme erstmal das Solokron. Unbekanntste Energie. So, das mag ich. Aua. Was fällt hier ein? Mal sterben. So, wo haben wir denn noch was? Da. Der Penis. Wo geht's da lang? Da geht's weiter. Na gut, dann... Och ne, oder? Ach. Hm. Wie soll denn das gehen? Die können doch nicht diese Plattform da einsetzen, oder? Hm. Ich möchte das sehr gerne haben. Ich wette, da ist ein guter Lichtschwertkristall, oder so. Wenn das schon so schwer ist. Hm. Na, das krieg ich noch hin. Keine Angst. Oh ja. Perfekt. Und... 10.000 Machtpunkte verarschen. Nein! Ah, da kommt man auch noch hoch. Ich wette, da gibt's auch noch was Schönes. Ich hab jetzt nicht genau geguckt, aber... Da hinten? Ja. Da hinten ist noch was. Okay. Wie komm ich da am besten dran? Von hier nicht, oder? Obwohl. Nein. Sei ruhig. Also. Dann muss ich hier hoch wahrscheinlich. Ja, okay, so nicht. Ich werd's jetzt unbedingt haben. Da gibt's sicher irgendwas richtig geiles. Dann muss ich... Da hoch. Hier. Alles klar. Nur noch da rüber. Perfekt. Und? Energiekristall Robert. Das wusste... Ich wusste jetzt sagen, was gut ist. Mal gucken, was kann der? Nicht Energiekristall Robert. Mehr Schaden. Ja, natürlich. Geil. Richtig geil. Den hab ich im letzten... Als ich das letzte Mal durchgespielt hab, nicht gefunden. War da hinten noch was? Hab ich da was übersehen? Ich kaufe mal nicht. Ja, ich geh erstmal weiter. So meine Freunde. Morgen. Party ist vorbei. Oh. Was ist das jetzt? Ja, das ist jetzt. Ja, das ist jetzt. Vielen Dank.